Was geht ab, lieben Leute? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Call of Duty Black Ops 3. Moment mal eben. So, kurz das Headset gerichtet. Wir spielen jetzt eine Runde mit der Manu-War. Wir haben wir das letzte Mal freigespielt. Alles klar! Wuhu! Geile Sache, Alter. Ist auch immer wieder sehr beliebt bei mir, wenn ich das sehe. Du bist noch... Aber... Durchs Anschießen verziehst du dermaßen, krass. Alter, Schwede! Hab ich den... Was machst du da, du? Oh Gott. Da willst du direkt reintreten eigentlich, wenn er da am liegen ist, der kleine Pisser. Da war doch noch einer. Auf jeden Fall, Alter! Auf jeden Fall! Wem willst du denn das erzählen, Alter? Dass er mich noch so krass hätte, der Schwanz. Kommt doch einer. Sammel ein, die Scheiße, hier. Oh, er hatte die gleiche Waffe! Und schießt mir in die Knie! Okay, auslösen, das Scheiße. Muss ich nicht verstehen. Als Noob muss ich das nicht verstehen, warum der eine so neben weckern kann, der andere so. Obwohl die beide die gleichen Waffen haben. Das kann mir vielleicht jemand von den Pros da draußen erzielen. Also laut Abschusskamera hat er mir ans Knie geballert. Ist ja jetzt nicht so, dass er mir einen Headshot gegeben hat direkt. Oh, Scheiße. Gehst du raus? Ich lebe! Ich lebe! Oh, von hinten, Leute! Das ist absolut nicht meine Runde gerade. Obwohl ich gerade noch... Ich bin noch im Plus, ja? Geht's? Geht in Ordnung. Mann, Mann, Mann. Ey, dieses Auto-Aiming! Habt ihr das gesehen? Krass. Verbiss dich doch! Locke, Alter. Nur Hohlkäpfe wieder in meinem Team. Oh, Scheiße. Hab ich dich noch gefickt, yo. Nicht einen anvisiert. Äh, nicht einen... ... in den Radar bekommen. Feindliche Vorräte über uns. Feind am Boden. Ja, feindlicher Geist, ihr habt's gehört. Oh, fuck, die ficken uns jetzt richtig hart in den Arsch. Ohne gesichtet. Ah, dümmste Aktion aller Zeiten. Totaler Reflex. Oh, Gott, ich bin so dumm im Schiedel. Oh, Gott, Leute. Nee, sorry. Das habt ihr alles nicht gesehen jetzt, okay? Das habt ihr nicht gesehen, was da gerade passiert ist. Firebreak, erledigt. Die kann ich mal einsetzen. Feindliche Energiekern online. Achtung, feindliche... Wer ist der Lady? Feindliche Headstorm. Oh. Headstorm in Bereitschaft. Hm. Schön gemacht. Feindliche Vorräte von oben. Kann die Scheiße mal verschwinden, jetzt langsam. Kommt der? Kommt der? Ja, Mann, ohne Visier juckt mich nicht. Sammels ein, die Scheiße. Wie lange hängt denn das an, Jungs? Was ist los hier? Verschwindet das auch langsam mal? So viel zum Hinterhalt. Jungs. Einsammeln, Jungs. Einsammeln. Oh, fuck it, Alter. Jetzt geht's los. Drohne raus. Jetzt geht's richtig zur Sache. So, wenigstens mal einen weggehauen mit der Scheiße. Was ist los? Okay, muss ich nicht verstehen. Muss ich einfach nicht verstehen. Ich muss das nicht verstehen. Ist ja egal, es passiert halt. Okay, gut. Mehr muss ich nicht. Haben die schon wieder einen Geist? Wir werden so zerfickt, Alter. Wir werden so zerfickt. Also ich nicht, wie man sieht. Oh, da ist noch einer. Da sind doch voll die Leute von mir. Was macht ihr, Homies? 19, 10, 10. Also ich kann mir nichts vorwerfen. Das hat unnummern schlecht angefangen. Sage ich gar nichts zu. Ist einfach so. Aber wir gewinnen ja auch. Also wir sind ganz gut dabei. Okay, der schießt mich. Nein, vielleicht. Ah, Gott. Nee, nee. Bleib ruhig. Nicht jetzt ausrasten oder so. Eigentlich habe ich gerade Bock, richtig abzuragen. Aber so richtig übel. So richtig übel gerade. Du gehst mir so hart auf den Sack, du Schwanzgesicht. Jungs, was ist denn los hier, Mensch? Der eine hat 9 zu 90. Boah, Junge, ich bin reich. Ich bin wirklich kurz vorm Ausrasten. Sammel die Scheiße ein, du Lump. Öh, was ist los? Der hat mich mit dem Dart geholt. Eben raus. Alles klar, Mann. Warum nicht mich? Ja, klar. Dachte er sich. Warum nicht ihn? Der Taming. Boah, ich bin übel am Ausrasten, Leute. Ohne, wenn ich mich so aggressiv geladen bin, ehrlich gesagt. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Feindliche Drohne nähert sich. Achtung, feindliche Vorräte von oben. Jungs, seid ihr einfach vollkommen verblödet, oder was? Zieht euch da rein. Zieht euch das rein. Was machen die? Was macht der da? Was macht der da? Meditiert der? Wichst der sich ein in der Ecke? Was ist da los, Alter? Oh, Gott, Leute. Also, diesen Mono zock ich nicht nochmal. Ich zock nicht nochmal Abschussgeschwede. Mit solchen Vollidioten. Mit der Ecke. Das ist ja einfach... Da kriegst du ja... Also, ne. Ne, jetzt zock ich nicht nochmal in den Modus. Achtung, feindliches Reps-Landeschiff im Operations-Titel. Jo, der Typ regt mich echt krass auf, Alter. Hab ich das schon mal gesagt? Ich glaub schon, ne. Das ist die letzte Runde Call of Duty Black Ops 3-Spiel. Das scheiß Huren-Piss-Spiel nie wieder, Alter. Boah, Alter, regt mich das gerade so krass auf. Er hat keinen Bock. Die haben Raps. Die haben 50-mal den Geist. Das ist... Das ist doch... Das ist doch... Ja, sammel ein, die Scheiße. Das könnt ihr. Abstorben könnt ihr, Alter. Aber du bist der größte Vollidiot aller Zeiten. Ja, nehmt euch die Marken. Egal. No risk, no fun, oder? Nein. Nein, please, please, please. Der verrückt nicht. Der verrückt nicht. Ich spiel dieses Spiel nie wieder. Ich spiel dieses Spiel nie wieder. Ich spiel dieses Spiel nie wieder, Mann. 34, 23, alles klar, Leute, haut rein. Wir hören uns nie wieder. Ne. Der eine... Ey, wer ist... Welcher Prestige ist der letzte bei mir im Team? Kann mir das mal jemand verraten? Kann mir das vielleicht mal jemand verraten? Wieso spielt der 13 zu 31? 54 E vernichten jeden Gegner. Warum? Warum muss ich in irgendeinem abgefuckten Crack-Typen im gegnerischen Team haben? Mit 62, 7. Warum? Warum? Warum werde ich im Haus von einem Dart getroffen? Warum ich? Warum ich? Warum? Gott, Leute. Okay, wir hören uns wieder am nächsten Mal. Haut rein. Lasst gerne ein Like da, wenn ihr Bock habt. Und, ähm... Ja, also den einen oder anderen Punkt, warum die nicht verrückt sind. Zum Beispiel jetzt gerade als letztes der Typ, wo sie sich im Gang... Oder im Gang mit meinem Kollegen schon gekämpft hat. Ich schieße ihn noch an. Kann ich nicht verstehen, warum er nicht verrückt ist. Hier und da kann ich auch einige nicht verstehen, warum er nicht verrückt ist. Gerade die Situation, der Typ schießt mir mit der gleichen Waffe in die Knie. Ich schieße in den Oberkörper. Er fällt nicht. Ich schon. Kann mir vielleicht jemand, der ein bisschen besser im Spiel ist, erklären, warum das so ist. Alles klar. Ansonsten hört man sich beim nächsten Mal an. Ich hoffe nicht so aufgeregt. Ich habe Puls auf 180 bin ich. Haut rein. Tschüss.